Die Reise des Tapferen Es war einmal ein kleines Dorf, umgeben von majestätischen Bergen und einem schimmernden Fluss. In diesem Dorf lebte ein junger Mann namens Felix. Felix war bekannt für seinen Mut und seine Entschlossenheit. Eines Tages erfuhr Felix von einer fernen Insel, auf der angeblich ein magischer Schatz vergraben war. Die Legende besagte, dass nur die Tapfersten und Entschlossensten diesen Schatz finden könnten. Felix spürte, dass dies seine Bestimmung war. Ohne zu zögern, machte sich Felix auf den Weg. Die Reise war voller Herausforderungen. Er musste durch undurchdringliche Wälder, über hohe Berge und durch reißende Flüsse gehen. Doch Felix ließ sich nicht entmutigen. Er erinnerte sich an die Worte seines Großvaters. Die größten Schätze liegen jenseits der größten Herausforderungen. Nach vielen Tagen erreichte Felix endlich die faszinierende Insel. Dort stand er vor einer gewaltigen Höhle. Die Dunkelheit schien ihn zu verschlingen, aber Felix betrat die Höhle mit einem festen Schritt. Tief im Inneren fand er den magischen Schatz. Es war jedoch keine physische Belohnung, sondern eine Erkenntnis. Der wahre Schatz war der Mut, den er auf seiner Reise gezeigt hatte, und die Entschlossenheit, niemals aufzugeben. Felix kehrte als Held ins Dorf zurück. Seine Geschichte inspirierte die Menschen, ihre eigenen Träume zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. Felix hatte nicht nur einen Schatz gefunden, sondern auch den Schlüssel, um das Unerreichbare zu erreichen. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt. Die Reise des Tapferen Es war einmal ein kleines Dorf, umgeben von majestätischen Bergen und einem schimmernden Fluss. Die Reise des Tapferen Es war einmal ein kleines Dorf, umgeben von majestätischen Bergen und einem schimmernden Fluss. Die Reise des Tapferen Es war einmal ein kleines Dorf, umgeben von majestätischen Bergen und einem schimmernden Fluss. Felix In diesem Dorf lebte ein junger Mann namens Felix. Felix war bekannt für seinen Mut und seine Entschlossenheit. Felix In diesem Dorf lebte ein junger Mann namens Felix. Felix war bekannt für seinen Mut und seine Entschlossenheit. Eines Tages erfuhr Felix von einer fernen Insel, auf der angeblich ein magischer Schatz vergraben war. Eines Tages erfuhr Felix von einer fernen Insel, auf der angeblich ein magischer Schatz vergraben war. Die Legende besagte, dass nur die Tapfersten und Entschlossensten diesen Schatz finden könnten. Felix spürte, dass dies seine Bestimmung war. Die Legende besagte, dass nur die Tapfersten und Entschlossensten diesen Schatz finden könnten. Felix spürte, dass dies seine Bestimmung war. Felix spürte, dass dies seine Bestimmung war. Ohne zu zögern, machte sich Felix auf den Weg. Ohne zu zögern, machte sich Felix auf den Weg. Die Reise war voller Herausforderungen. Er musste durch undurchdringliche Wälder über hohe Berge und durch reißende Flüsse gehen. Er musste durch undurchdringliche Wälder über hohe Berge und durch reißende Flüsse gehen. Doch Felix ließ sich nicht entmutigen. Doch Felix ließ sich nicht entmutigen. Er erinnerte sich an die Worte seines Großvaters. Die größten Schätze liegen jenseits der größten Herausforderungen. Er erinnerte sich an die Worte seines Großvaters. Nach vielen Tagen erreichte Felix endlich die faszinierende Insel. Nach vielen Tagen erreichte Felix endlich die faszinierende Insel. Dort stand er vor einer gewaltigen Höhle. Die Dunkelheit schien ihn zu verschlingen, aber Felix betrat die Höhle mit einem festen Schritt. Dort stand er vor einer gewaltigen Höhle. Die Dunkelheit schien ihn zu verschlingen, aber Felix betrat die Höhle mit einem festen Schritt. Tief im Inneren fand er den magischen Schatz. Tief im Inneren fand er den magischen Schatz. Es war jedoch keine physische Belohnung, sondern eine Erkenntnis, der wahre Schatz war der Mut, den er auf seiner Reise gezeigt hatte, und die Entschlossenheit, niemals aufzugeben. Es war jedoch keine physische Belohnung, sondern eine Erkenntnis. Der wahre Schatz war der Mut, den er auf seiner Reise gezeigt hatte, und die Entschlossenheit, niemals aufzugeben. Felix kehrte als Held ins Dorf zurück. Felix kehrte als Held ins Dorf zurück. Felix kehrte als Held ins Dorf zurück. Seine Geschichte inspirierte die Menschen, ihre eigenen Träume zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. Seine Geschichte inspirierte die Menschen, ihre eigenen Träume zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden. Felix hatte nicht nur einen Schatz gefunden, sondern auch den Schlüssel, um das Unerreichbare zu erreichen. Felix hatte nicht nur einen Schatz gefunden, sondern auch den Schlüssel, um das Unerreichbare zu erreichen. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt. Und so endet die Geschichte von Felix, dem Tapferen, der bewies, dass der Weg des Mutes zu den größten Schätzen führt.